Willkommen zusammen zu einer neuen Folge von OMSI2, dem Omnibus Simulator. Heute aus Bremen, denn die Erweiterung Bremen Nord ist erschienen und die werden wir uns heute mal anschauen, genauer gesagt die Linie 97 zusammen mit unserem MAN Lines City, der mitgeliefert wird. Also das ist ein MAN Lines City A23 GL genau und das ist ein Gelenkbus, es wird aber auch eine Solo-Variante mitgeliefert. Ja und wir werden von Buschdale glaube ich in Richtung Blumenthal Bahnhof fahren und werden uns die Map einfach in dieser Folge so ein bisschen anschauen, werden mal gucken, was bietet die Map und was bietet vielleicht auch der Bus. Da gibt es nämlich auch ein paar Dinge, die mir persönlich ganz gut gefallen, aber dazu gleich mehr. Jetzt starten wir erstmal unsere Engines, denn wir sind ja hier ein bisschen ungünstig. Ah, schon ein kleiner Stau hier unter uns. Wir werden hier ein bisschen ungünstig gespawnt. Ah, ich glaube wir müssen noch ein bisschen Vorratsdruck, sorry an die, die hinter uns stehen. Ich glaube wir müssen noch ein bisschen Vorratsdruck aufbauen, damit sich der ganze Koloss gleich in Bewegung setzen kann. Wir haben einfach noch ein bisschen Zeit, bis wir dann abfahren. So, und wir müssen hier rein. So, hoppala, ich denke die Kante werden wir mitnehmen. Hat die heute auch so einen Busfahrer? Der hat wirklich, also da muss man sagen in einem war er exzellent. Der hat wirklich jeden Bordstein mitgenommen, den man irgendwie mitnehmen konnte. Die Firma wird es ihm danken. So, ja, Rumsrock. Und vor allen Dingen, wenn man da in der Ecke hinten saß, hinten rechts, das ist natürlich blöd. So. Dann machen wir einmal die Türen auf, beziehungsweise schließen die nochmal. Warum, zeige ich euch gleich. Wir haben hier eine Konfiguration, aber so ein bisschen wie bei der Stadtbusfamilie, bei der MRN Stadtbusfamilie, kann man hier auch ein paar Sachen an passen, wie man das eben selbst braucht. Dann können wir hier erstmal unsere Zub unsere Fahrernummer eingeben. So, jetzt hätten wir hier im Prinzip das normale Display. Wir können aber unter Einstellung und dann auf Drucker oder beziehungsweise Fahrzeugkonfiguration hier gehen. Und dann können wir hier den Drucker ändern. Wir können das Ibis ändern, wir können die Matrix ändern und die Innenanzeige. Die Innenanzeige, da habe ich glaube ich schon so ein bisschen meinen Favoriten gefunden. Der ist schon eingestellt, aber ich möchte es euch trotzdem nicht vorenthalten. Genau. Das sind also die Anzeigen. Jetzt haben wir im Moment noch nichts da stehen. Das dazu aber gleich mehr. Das Ibis werde ich auf jeden Fall austauschen. Und den Drucker werde ich glaube ich in den ersten Folgen auch mal noch austauschen. Ach ja und genau, wir haben hier auch noch verschiedene Türen. Das heißt, wir haben jetzt glaube ich eine Außenschwenktür. Ja, eine Außenschwenktür. Wir machen die mal gerade zu. Und dann können wir jetzt auswählen zum Beispiel, also wenn wir dann lieber eine Außenschiebetür haben wollen, dann können wir eben einfach auf Tür 1 klicken und dann haben wir die Außenschiebetür. Nicht schlecht Herr Specht, würde ich sagen. Sowas gefällt mir immer sehr, sehr gut. Finde ich immer sehr toll. Es gibt das wohl auch tatsächlich in Bremen in unterschiedlichen Konfigurationen. Ich mach mal jetzt... Ach ne, ich mach mal jetzt die Außenschwenktüren und werde aber auch noch den Drucker... Ach ja und die Matrix, da muss ich mal gucken. Sieht man jetzt nicht viel, wenn das nicht... Wir lassen es mal dabei und nehmen den anderen Drucker. So, die etwas ältere, unmodernere Version. Warum, kann ich euch auch gleich noch erklären. Jetzt müssen wir glaube ich... Ah, altes Prozedere hier. 1, 2, 3, 4. So. Jetzt ist das verkaufsbereit und jetzt haben wir hier unsere ganzen Möglichkeiten da entsprechend Tickets auszugeben. So. Machen wir einmal hier die Türen auf. Und werden uns dann... Ach ja, hier kann man glaube ich... Ich weiß nicht, ob sich das wirklich einstellen lässt. Aber ich habe im Handbuch gelesen, dass sich hiermit das Lenkrad einstellen lassen soll. Mit diesem... Oder ist das hiermit? Ich dachte es sei auf der... Egal. Können wir auch später nochmal anschauen. So. Und jetzt stellen wir hier alles ein. Wir fahren ja die Linie... Wir haben noch 2,8 Minuten Zeit. Wir fahren ja die Linie 0,9700 und die Route 01 nehme ich einfach mal an. Äh... Ne. Die Route 02. Oh. Okay jetzt... Ah, okay. 0,1. Okay. Ah. 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 Rönnebeck. Ich glaube wir fahren nach Blumenthal. Vielleicht ist es die 04. Das ist immer ein bisschen wie Lotto spielen. So. Da hammert. So ist das richtig. Und die Heizung müssen wir auch noch... Mensch die Leute haben... Freut sich nicht irgendjemand das hier... Der beste Busfahrer EU West wieder unterwegs ist. Sondern... Wird direkt erstmal gemotzt und gemeckert. Ähm... Wir machen es mal... Ich hätte gerne meine Fahrkarte. Ist das möglich? Ja das ist möglich. Aber lassen Sie mich erstmal die Heizung hier für Sie einstellen. Ja entschuldigen Sie. So. Hallo. Ich hätte gerne meine Fahrkarte. Ist das möglich? Ja jetzt ist das möglich. Entschuldigen Sie? Was wollen Sie denn für eine? Kurzstrecke. Ja das können wir machen. Wie müssen wir denn... Hallo. Ich hätte gerne meine Fahrkarte. Äh... Müssen wir hier... Ne. Das ist hier... Pause. Kontrolle. Quittung. 10. So. Hier. Kurzstrecke. Da haben sie. So. Jetzt müssen wir hier noch Rückgeld geben. Das sind die... 3... 5... 5... 5... 7... 9... 50... Und... Dann fehlen noch... 10. Bitteschön. Ja kein Problem. Achja und eine Sache muss ich euch auch noch zeigen bevor wir losfahren. Das... Muss sein. Auch wenn uns das jetzt vielleicht ein bisschen Zeit kostet am Anfang. Aber das ist... Mein Lieblingsfeature fast schon am Buster. Denn... In Bremen ist was besonderes. Die Rollstuhlrampe ist vorne. Und... Ob ihr es mir glaubt oder nicht. Die kann man sogar bedienen. Ja. Ich weiß nicht. Sieht man es gerade? Ich mach die Kamera mal... Ein bisschen anders. Da sieht man sie schon raus. Ah das sind ja sogar Blinker. Die hab ich selbst noch nicht entdeckt. So. Und jetzt muss man nochmal drücken. Und jetzt senkt sich das ganze ab. Und dann wird... Zack. Die Klappe. Und jetzt kann man da... Eben einsteigen. Wenn man das denn möchte. Und... Wenn man dann fertig ist mit dem Einsteigen. Beziehungsweise einrollen dann vermutlich eher. Dann kann man es wieder einfahren. Finde ich gar nicht schlecht die Idee das vorne zu machen. Nur bei vielen Bussen würde das glaube ich so gar nicht mit dem Platz funktionieren. Ja und dann hier noch ein Blick nach innen. Für alle Frühaufsteher. Hier der Bildschirm der wird auch schön... Ähm... Da bewegt sich auch was. Beziehungsweise ändern sich die Bilder. Und... Hier auch sehr sehr gute Texturen. Also mit dem Bus bin ich eigentlich relativ happy. Eine Sache ist mir ein bisschen aufgefallen. Ich... Weiß nicht ganz. Aber dazu sage ich gleich noch was. Ja. Und dann können wir losfahren glaube ich ne. Ich glaube wir haben jetzt schon relativ viel Zeit verplempert. Aber das musste sein. Es tut mir sehr leid. Ah. Vielleicht sollten wir noch die Hilfspfeile... Es gibt dynamische Hilfspfeile hier. So. Dann fahren wir. Die Sounds finde ich auch sehr gut muss ich sagen. Kommen wir irgendwie neu vor ne. Also... Nicht so... Sonst gab es manchmal so... Zweit und Dritt Verwertung von so ein paar Sounds ne. Das ist hier irgendwie nicht so. Das finde ich gut. Am Knick. Am Knick. Okay. Wir fahren hier ein bisschen mittig. Ja. Und das ist Bremen Nord ne. Ihr seht's. Und hier auch direkt ein Bahnübergang. Am Knick. Was ist das hier für ne... Okay. Ja. Ich war vor ein paar Tagen noch in Bremen. Ähm. Weil ich von den Entwicklern und vom Publisher da eingeladen wurde. Übrigens nicht nur ich. Sondern auch andere YouTuber ne. Also nicht... Das ist jetzt kein Special Ding gewesen oder so für mich. Sondern... Viele andere waren da auch. Und da habe ich diese Busse auch gesehen. Ist immer noch zu. Moin Tiet. Und da habe ich... So. Da habe ich diese Busse auch gesehen. Und die haben tatsächlich... Deswegen habe ich auch das Repaint ausgegeben. Die haben tatsächlich WLAN hier mit an Bord. Ja. Ich weiß ja nicht ob das... Ob das jetzt gut ist oder schlecht. Ich glaube ich persönlich finde es gar nicht so schlecht. Gerade wenn man dann längere Strecken fährt mit dem Bus. So. Ich mache das jetzt mal ein bisschen schneller. Weil sonst... Häufen wir hier unsere Versperrung an. Und... Ja. Ich war da überrascht, dass die alle WLAN haben. Die haben dann auch die entsprechenden Lackierungen. Und das fand ich schon ganz cool. So. Und ihr seht... Heidlerchenstraße. Weil... All zu schnell kann man hier auch gar nicht fahren. Mit dem Bus. Und... Denn es ruckelt und zuppelt vor allen Dingen. Wegen dieser... Wegen dieser... Schlaglöcher hier. Das ist auch. Das finde ich sehr... Also... Ich muss sagen, ich habe natürlich vorher schon mal ein bisschen reingeschaut. Ne? Und habe da schon mal so ein bisschen geguckt. Ich möchte jetzt noch kein abschließendes Urteil abgeben. Ähm... In den ersten Folgen. Das mache ich ja nie. Ich spiele ja erstmal. Aber bis jetzt gefällt mir das schon relativ gut. Weil diese Schlaglöcher und auch die Häuser, die man hier sieht und so. Das ist alles kein Standard-Content. Und... Ja. Das, äh... So... Will man halt ja haben bei der Payware, ne? Was ich so ein bisschen festgestellt habe, das wollte ich euch noch erzählen. Ähm... Das war... Die Performance. Die ist teilweise nicht so gut. Moin Moin. Danke. Und das liegt, glaube ich, unter anderem an dem Drucker. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich hatte das Gefühl, das liegt daran. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da ähnliche Ideen oder ähnliche, ähnliche Vermutungen hattet. Ähm... Aber ich... Als ich gefahren bin, da hatte ich doch irgendwie gefühlt Unterschiede zwischen... Zwischen dem jetzigen Drucker, den wir jetzt hier mit an Bord haben und dem, ähm... Etwas moderneren, natürlich cooleren Drucker irgendwo. Oh, wir haben einen Unfall gebaut. Ähm... Aber... Ich hatte das Gefühl, dass da irgendwie Unterschiede sind. Ja. Und ich durfte auch schon mal reinschauen und, äh... Also, als ich da in Bremen war, in das Add-on und hab auch mir viel angeschaut. Bin nicht so viel selbst gefahren, wollte ich mir so ein bisschen aufheben, aber... Ähm... Was die Qualität so ungefähr ist. So, Heidlerchenstraße. Hier auch wieder Schlaglöcher. Hoppala! Wir müssen... Ich glaube, ich muss hier die... Eine unsichtbare Wand. Ich muss die Kollision mal kurz ausmachen. Gut, dass wir nicht so schnell waren. Das ist ja ein Ding. Ha! Wieso ist hier eine unsichtbare Wand? Und das ist nicht gut. Hat jemand Patch gerufen? Man weiß es nicht. Ne, äh... Das muss natürlich noch verbessert werden. Ich weiß nicht, warum da eine unsichtbare Wand ist. Da trübt meine Freunde... Freude hier. Na gut, aber... Ey, mach mal die Heizung mal. Eine Kurzstrecke bitte. Ha! Stimmungsschwankung, ne? Ey, mach mal die Heizung... Eine Dings hier, bitte. Eine Kurzstrecke bitte. Danke. Bitte. Ich finde auch den Blinkersounds hier sehr... Ja, die... Das klingt alles ein bisschen anders. Das finde ich gut. Und es wird auch von der BS AG, der Bremer Straßenbahn AG oder so heißt das, glaube ich, ne? Ähm, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, so heißt es, wird das auch offiziell supported. Und das finde ich immer cool, wenn so ein Verkehrsbetrieb... Wenn so ein Verkehrsbetrieb dann dahinter steht. Ähm, und das irgendwie so unterstützt und dann auch mal die Leute auf dem Betriebshof einlädt und so. Ich glaube, bei The Bus und der BVG klappt das auch ganz gut, aber es gibt eben auch andere, äh, Busunternehmen, die sagen, ja, eigentlich wollen wir es nicht. Und wenn, dann wollen wir Kohle dafür haben und so weiter. Das ist dann... Also ich kann es irgendwo verstehen. Viele Unternehmen sind da, glaube ich, auch ein bisschen klamm, aber cooler ist es natürlich, wenn sowas dann so richtig supported wird. Also ich weiß nicht, ob hier Lizenzgebühren geflossen sind, aber denke ich eher nicht. So. Und hier steigen die Leute auch hinten ein. So, jetzt müssen wir hier einmal kurz umdrehen. Beziehungsweise einschlagen. Und hier auch wieder ein Haus nach dem anderen. Alles neu gemacht. Also klar sind hier auch mal Häuser mehrmals verwendet worden, aber hier auch so ein paar Gärtchen oder so Zäunchen vor die Häuser gebaut und so. Ich habe mir vor der Folge, habe ich mir ein bisschen, ähm, Bremen angeschaut, weil, also Bremen Nord angeschaut bei Street View. Ich habe mir erst eine Szene aus dem Spiel angeschaut. Es war irgendwie so eine Kirche. Und, ähm, dann habe ich mir das Ganze nochmal, vielleicht kommen wir da auch noch dran vorbei, weiß ich nicht. Und dann habe ich mir das Ganze mal bei Street View angeschaut. War verblüffend. Also da war diese Kirche als markantes Objekt, war wirklich sehr, sehr gut umgesetzt. So. Doch. Das ist ja eine Frechheit, die sie sich hier erlauben. Mit dem Rollator schneller. Das will ich mal sehen. Zeigen sie mir das mal. Sie können mal kurz... Sie können mal kurz aussteigen. Bleiben sie gleich zu Hause. Moin. Eine Tanzkarte bitte. Danke. Sie können mal aussteigen und dann fahren sie mal neben mir her, ne? Gucken wir mal, wer schneller ist von uns beiden. So. Dann, äh, machen wir mal weiter. Ich glaube, das hat nicht mehr weiter geschaltet, ne? Wir sind jetzt schon länger an der Heidlärchenstraße. Wir müssen gleich gucken, wo wir tatsächlich sind. Und... So. Ampel ist cool. Und auch immer diese roten markanten Fahrradwege hier. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon... Vorberger Straße. Vorberger Straße. Ah, hier. Jetzt sieht man den Monitor mal in... In... In Dings. In Aktion. Vorberger Straße. An der Lehm. Cool und so. Sehr, sehr schick designt auch, ne? Ja. Performance mäßig ist da, glaube ich, noch ein bisschen was rauszuholen. Ich... Ihr und eure Heizung. So. Ähm... Ja. Boah, haben wir es nicht noch kleiner? Nee. Danke. Noch kleiner habe ich es leider nicht. So. So. Aber ich würde sagen, wir wollen weiterfahren. Das seht ihr in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Also bis jetzt gefällt es mir so optisch schon ganz gut. Ähm... Der Bus gefällt mir auch ganz gut. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass viele so ein bisschen mit der Performance Probleme haben. Aber da will ich jetzt nämlich noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Da muss ich mal eure Kommentare so durchlesen. Ich bin gespannt, was ihr zu diesem Addon schreibt. Wie gefällt es euch bislang so? Was habt ihr erwartet? Ist es den Preis wert? Oder sagt ihr, hm... 25 Euro sind mir dafür ein bisschen zu viel. Ähm... Schreibt das gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt auf die Diskussion. Auch gerne offen und ehrlich. Ne. Aber ich denke, die meisten von euch werden schon sehr positiv davon überrascht sein. Oder davon überzeugt sein. Und, ähm... Ja. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das in die Kommentare schreibt. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst auch gerne einen Daumen nach oben da. Und schaut in den nächsten Folgen wieder vorbei. Bis dahin sage ich tschüss und danke euch fürs Zuschauen.